Ich weiss noch genau, nur die Bibel zu lesen und geistlich zu wachsen, das war mir damals zu wenig. Ich wollte noch tiefer in Gottes Wort eintauchen und sein Wort im Generellen in vielen anderen Bereichen verstehen. Daher habe ich mich vor einigen Jahren an diese zweijährige Bibelschule angemeldet. Das Selbststudium mit dem monatlichen Treffen und dem Austausch mit anderen Teilnehmern hatte mich von Anfang an begeistert. Was ich in den Semestern lernen konnte, hat meinen Glauben und mein Wissen in ein absolut neues Level katapultiert. Was ich natürlich für mein eigenes geistliches Wachstum, aber auch im Austausch mit anderen Leuten anwenden konnte. In Hosea 4, Vers 6 heißt es, mein Volk geht zugrunde aus Mangel an Erkenntnis. Das wird nach diesem Bibelstudium für dich kein Thema mehr sein. Themen wie Hermaneutik, der Blutbund und auch Themenbereiche wie Identität und Autorität in Jesus Christus, das sind Sachen, die in ein ganz neues Licht rücken und dich absolut begeistert werden. Also, verpasse es nicht dabei zu sein, du wirst es nicht bereuen. Du wirst dich nicht bereuen. you